Halleluja und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Ich hoffe, das Teil wird immer noch nicht raus. In der letzten Folge auf jeden Fall die Kampfarena gemacht von Zyder. Und ich habe meine Liga-Karte einmal angepasst. Tada! Cool, oder? Mit einem tollen Leuchtturm. Ich habe nämlich ganz viele neue Hintergründe bekommen und so. Und ich stehe dir richtig cool vor und mache so, ja, toller Leuchtturm. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu. Designen. So, hier oben bei Passback gab es anscheinend noch eine Story. Beziehungsweise, hallo, hast du mir noch etwas zu sagen? Da ist ein lauter Knall oben gewesen. Dick da, dick da. Ja, und deswegen gucken wir jetzt einmal, was da oben so abging. Du hast dich nicht getraut, weiter nach... Oh, einen Toppeleber, den brauchen wir auch. Hast dich nicht getraut, noch weiter nach oben zu gehen. Mann, ey, was passiert denn da oben? Alle gucken sie nur und keiner will was machen. Das ist ja aber wieder typisch. Auch du nicht? Ureinwohnerin von Passback? Ich, ich regle das. Alles cool. Das sieht aus wie ein großer Elefant. Und Betsy. Hallo, Betsy. Reicht alles ein. Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Oh, ja. Haha, ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraya, als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Betsy, hör sofort auf mit diesem Schwachsinn. Ha, nicht schon wieder du. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir ich damit durchgehen lasse, oder? Ja, niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Noch ein Kampf. Das fühlt sich sehr gut. Betsy, lass kämpfen. Hast du neue Pokémon? Ich weiß es nicht. Zeig doch mal. Was hast du dazu dabei? Das war, glaub ich, letztes Mal noch nicht entwickelt, ne? Da war das nur ein... Metida Uno oder so. Okay, ich hab mir gar nicht gemerkt, was der ist. Wir probieren einfach mal den Durchschlag oder Durchbruch. Ist ja jetzt eine neue Attacke gewesen und scheint nicht so effektiv zu sein, aber macht dafür doch ganz viel Damage. Oh nein, er dynamaxiert jetzt, oder was? Aber was hat er... Wieso hat er da gerade auf seinen Arm angeguckt? Der hat doch irgendwas perfiles vor. Ich... What the fuck? Okay. Fly, du bist hier leider nicht... Nicht so richtig gut gerade. Äh, äh, Exandros oder Rannik? Exandros oder Rannik? Wir nehmen Exandros. Ich hab mir leider überhaupt nicht gemerkt, was der ist. Der sieht halt aus wie Pflanze, aber er ist anscheinend kein Pflan... Ne, er ist Psycho. Ja, klar, das macht mehr Sinn. Aber was ist denn gut gegen Psycho? Auch Psycho, wenn ich das richtig sehe. Aber was... Gegen was ist Psycho nicht sehr effektiv? Das wäre immer eine gute Frage. Egal, wir Rasierblatten dich mal ganz kurz weg. Zack, 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 zack. Überall hast du Schnittwunden, auf dass du stirbst da dran. Komisches, embryonales, grün-links-Ding. Exandros, Level 39. Megagut. Wir müssen darauf achten, dass unsere Pokémon nicht Level 50 werden. Oder darüber hinaus gehen, bevor wir zum nächsten Arena-Leiter gehen. Denn ich hab gelesen... Wir wechseln nochmal aus zu Soncrow. Äh, dass uns nur Pokémon gehorchen bis Level 50, tatsächlich. Wir können zwar welche fangen bis Level 40, aber gehorchen tun sie uns nur bis Level 50. Das hat sich auch weiterentwickelt. Primano. So, wir probieren einfach mal Fliegen aus. Mal gucken, ob das irgendwie gut dagegen ist. Ich glaub fast nicht, aber was soll ich machen? Ha, die Attacke meiner Pokémon sind einfach herausragend, oder nicht? Keine Ahnung. Probier doch. Süßstrahl, das trifft ihr halt nicht. Ja, total. Krass. Heftig, Betsy, was du so drauf hast. Okay, jetzt komme ich. Soncrow Attack. War gar nicht so schlecht. Nein, jetzt macht er noch einen Süßstrahl. Wie kannst du es wagen? Der ist aber wirklich stark. Betsy ist ein krasser Typ. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass unsere... Also, ich finde das schön, dass unsere Leute immer eine... ...ne hohe Initiative haben, dass wir meistens als erstes angreifen. Das ist ja irgendwie schon die halbe Miete bei Pokémon irgendwie. Gibt nur Morba. Haben wir denn noch irgendwas, was dagegen besser ist? Wir können mal Rannik ausprobieren, ob der irgendwas cooles hat. Dann kriegen wir zumindest mehr Preisgeld. Bin's dabei, Rannik. Er hat so komische Pokémon, aber ich mag sie trotzdem irgendwie. Ja, wir legen ihn eine Bürde auf und dann... ...passt das, glaube ich, schon. Oder? Gengar? Ja, guck mal. Guck mal, ist sogar sehr effektiv. Also, anscheinend ist Geist gut gegen Psycho. Das wäre ja mal eine Neuigkeit. Und Ponita? Gut, dagegen ist... Dann wechseln wir nochmal aus. Ponita? Da kann ja... Da kann ja... Da kann ja zum Beispiel... ...Memmeon rein, den wir nicht haben. Ach, Blödsinn. Da bleibt Rannik einfach drin. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga-Präsident Rosé. Ich liebe ihn. Ist das ein Galar, Ponita? Wenigstens ja. Davon habe ich die Weiterentwicklung. Ein Galar... ...Pro... ...Renta... ...nein. Galoppa ist die Weiterentwicklung. Von dem Rannik bekommen. Guck mal, Bürde ist sogar sehr effektiv dagegen. Hä? Rannik ist einfach voll OP. Ach, weil das ein Feen-Pokémon ist. Genau. Galoppa ist ja hier in diesem Spiel... Also, Galar... ...Ponita ist ja gar kein Feuer-Pokémon mehr. Das vergesse ich immer wieder. Das bringt aber auch so eine neue Ebene irgendwie rein, ne? In Pokémon. Man denkt dann, der Gegner hat einen Ponita, aber es ist eigentlich ein Galar-Ponita. Was einen ganz anderen Typen ist. Arr, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Ja, da musst du mit dem Schiri reden, ob das drin ist. Ich kämpfe jederzeit gegen dich. Arr, wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auslagerwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galars anvertraut werden soll. Und trotzdem... Ach, jeder Challenger Betis. Äh, Betsy. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du das Patinaraya vom Präsident Rosé geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antiken Städte demolieren. Tch, was kümmert sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in tausend Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Ach, Betsy. Das reicht jetzt. Du bist ein sehr verwirrtes Kind. Du hast mich zutiefst enttäuscht. Du hast eine große Einsamkeit in dir. Und das, obwohl du gewaltiges Potenzial in dir ist, Schlommertun. Ich wollte dieses Potenzial in dir entfalten. Deshalb habe ich dich in die Trainerschule geschickt, um dir eine Chance zu geben. Aber in dir steckt das pure Böse. Und deswegen bist du nicht für die Arena Challenge geeignet. Ich gehe jetzt nach Cloth City zurück und wir entscheiden später, was mit dir passiert. Was? Aber Präsident Rosé? Das kann ich hier ernst sein? Ich bin disqualifiziert? Damit begehen sie einen großen Fehler. Ich werde sie alle vernichten. Alle umbringen. Das ist genug, Betsy. Du gehst jetzt nach Cloth City zurück. Ah, da sind ja auch Sanya und Dizzy. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Und deswegen gehen wir jetzt. Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf mit Betsy hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betsy keine Familie habe. Rosé hat ihn dann aufgenannt. Und Betsy wollte alles für ihn tun. Hm. Aber was wollte er hier nur machen? Warum wollte er das alles zerstören? Hm? Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Ein großer Schild. Dabei sind wir doch bei Pokémon Schwert hier. Ach, da sind die beiden legendären Pokémon. Hm. Das sieht ja aus wie... Wie... Wie in der Kathedrale, in der Schatzkammer. Kann es etwa sein, dass... Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dadurch sind die Statuen ans Tagelicht gekommen. Das ist Glück im Unglück. Wahrscheinlich diese Entdeckung ändert wohl unser Verständnis der Legende Galass am meisten. Na, was meinst du, Dizzy? Äh, natürlich die Pokémon. Genau! Diese Wesen... Das ist ja wie bei Dora hier. Welcher Schild brauchen wir für die Brücke? Ja, blau! Okay. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, Führung als Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ans Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Hier! Die sehen aus wie der Waldteppich. Genau! Dabei können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospien dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Hm. Merkwürdig. Diese Statuen sind auf jeden Fall viel älter als die Wandteppiche. Oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Beide. Das Schwert ist ein Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Frage. Das ist deine Aufgabe. Naja, danke jedenfalls für deine Hilfe. Als nächstes geht es für dich nach Fairbelly. Viel Erfolg dort. Und nimm doch diese zwei Beleber mit. Und ja, haben wir hier einfach mal Heldenstatuen entdeckt. Nett, oder? Kriege ich jetzt einen Nobelpreis oder sowas? Sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich muss aber sagen, bisher finde ich die Story gar nicht so doof, wie alle sagen. Sie ist sehr seicht, ja, aber jetzt auch nicht so blöd. Und wir gehen jetzt einfach mal Richtung Fairbury. Das sieht mir hier eher, warte mal, nach Sumpf und so ein Scheiß aus. Wörscheinwald. Da habe ich ein bisschen Angst. Und deswegen packen wir Jnona nach vorne. Jnona, erhellen Sie den Weg, bitte. Das erinnert mich mega an Paper Mario. Da gab es auch so einen ähnlichen Wald. Boah, sind das auch Pokémon? Das ist ja mega cool. Hallo. Wer bist du? Bist du ein kleiner Dämon? Das ist halt echt ein Dämon. Bämon nennen sie es einfach. Das finde ich cool. Also dieses ganze Gebiet jetzt vom Anfang an, mega cool. Und dass es hier auch solche kleinen Dämonen gibt. Voll heftig. Wir probieren mal den Sonsa-Sensor. Hat keine Wirkung, okay. Dann hat er ein ganz normaler Flammenwurf. Nachdem er angegeben hat, dass er ein Dämon ist. Du machst mich wütend. Dadurch wird mein Angriff erhöht. Aber ich bin verwirrt. Warum erhöhst du meinen Angriff? Was soll das denn? Aha, ich bin so verwirrt, da muss ich mich selber hauen. Nee, doch nicht. Ich flammenwerfe dich. Nein, Dämon. I'm so sorry. Wieso hast du mich auch stärker gemacht? War hier zwar völlig egal, weil Flammenwurf ein Spezialangriff eigentlich ist. Aber dennoch. Kann das nicht nochmal rauskommen? Bitte, komm in Dämon. Dämon, ich wollte dich nicht töten. War das meine einzige Chance, diesen Dämon zu fangen? Das wäre mega doof. Und ich glaube fast, das ist hier ein bisschen wie ein Labyrinth. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Weil das sieht mir hier so aus, als wenn es hier nicht so richtig weitergeht. Hallo, du komischer Koch da hinten. Diese Pilze sind witzig. So, hier hinten gab es auf jeden Fall noch einen Bogen. Weil den nehmen wir mit. Da ist noch ein Bämon. Hallo, kleines Bämon. Ich würde gerne gegen dich kämpfen. Das interessiert mich nämlich brennend. Haha, brennend, weil Jnona ein Flammen-Pokémon ist. Was der für ein Typ ist? So einäschern? Sollte ihn ja dann wohl nicht töten. Mit deinem Tiefschlag hast du gar nichts. Spüre meinen Flammen-Atem. Okay, das sieht doch sehr perfekt aus. Und heute ist ja kein Valentinstag mehr. Deswegen können wir den einfach mit dem ganz normalen Pokéball fangen. Jojo. Guck mal, flieg und sieg. Gib dich Jnona und Dizzy geschlagen und bleibe im Pokéball drin. Du fieses, mieses Bämon. Danke. So, ich vermute, der ist Fee oder so. Bämon ist tatsächlich ein Fee-Unlicht-Pokémon. Und ein Hinterlist-Pokémon. Es wird kräftiger, in dem es die von unzufriedenen Menschen und Pokémon ausgestoßene negative Energie einatmet. Ist ja wie bei Madoka Magica. Ist auch wieder so japanische Sagenwelt. Sagenwelt. Das gefällt mir gut. Hallo, komischer Koch. Wollen wir vielleicht kämpfen? Hast du vielleicht einen Knapfel dabei? Oh, ist das schon nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Ja, und ab und zu kommen Bämons raus. Ist das nicht super geil? Ja, scheißegal, was wir hier machen. Wir setzen so einen Sensor ein. Weil die Attacke sieht witzig aus. An der Sensor. An der Sensor. Fatality kommt als nächstes. Wir bleiben bei Jnona. Ich glaube, ich bin gerade ganz gut mit Jnona. Ja, wir haben ja auch diese Teekanne. Und die Weiterentwicklung von Fatality mit der Teekanne zusammen ist bestimmt auch diese komische Teekanne. Weil das ist jetzt ja nur eine Tasse. Ich glaube schon. Das ist so ein komisches Geist-Pokémon. Heißt, wenn wir Fatality fangen und dem diese Teekanne geben, dann sollte der sich weiterentwickeln. Wir probieren nochmal den Sondersensor. Sondersensor. Da ist er erstaunt, dass wir den Sondersensor drauf haben. Ich werde auch erstaunt, wenn einfach eine Jnona so einen Sondersensor kann. Sondersensor. Und tschüss, Fatality. Ja, ich glaube, das ist das Pokémon. Wo sich alle darauf aufgeregt haben, dass das einfach nur eine Teekanne ist. Beziehungsweise jetzt noch eine Teetasse. Lammelux. Lammelux. Ja. Da gehen wir doch mal mit Raneck rein, damit wir mehr Preisgeld bekommen. Auch ein Feen-Pokémon. Ja, hier. Einfach eine Börde. Einfach eine Börde einmal. Bönitek. Zieht alles irgendwie immer nur die Hälfte ab. Da ist aber auch erstaunt. Sind alle erstaunt von meiner krassen Trainerfähigkeit hier. Wäre ich aber auch. An deiner Stelle, Lammelux. Naja, mit dieser Börde wirst du wohl sterben. Das tut mir leid. Tatsächlich entwickelt sich Nickel weiter. Und Nickel meinte irgendwas, dass Toxel zwei Farben hat. Ich glaube, sie meinte jetzt, mein Toxel wird nicht blau, sondern rot oder sowas. Er wird einfach gelb. Ist das normal? Hat er vielleicht noch mehr Farben? Das Pokémon ist auf jeden Fall auch sehr beliebt. Und das ist ja das Pokémon, das auch bei dem Leuchtturm als Statue zweimal vorstand. Nicht wahr? Also hat er bestimmt auch irgendeine geschichtliche Bedeutung. Ein Punk-Pokémon. Von Typ Elektro-Gift. In Hochform. Wenn es am Fortsatz an seiner Brust kratzt und dadurch Strom erzeugt, dann erklingt in der Umgebung ein Ton wie von einer Gitarre. Sehr cool. Punkensprung. Gerne. Ich glaube, der hat sogar noch richtig blöde Attacken. Ja, Heuler hier. Heuler ist blöd. Sehr schön, dann bin ich auch sehr stolz auf dich, Nickel. So, dann werde ich nicht wieder einen mitbekommen in den Kommentaren. Hier, bitte. Ich mache alles so, wie ihr wollt. Hier, so. Sprung, Sprung ist jetzt an erster Stelle. Nickel ist auf jeden Fall hinterhältig. Ja, das passt zu Nickel. Das passt sehr gut. Und er hat die Fähigkeit Punkrock. Erhöht die Stärke von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, den das Pokémon selbst durch Lärmattacken erleidet. Was zur Hölle sind Lärmattacken? Ah, du no. Aber ich möchte mit Nickel mal kämpfen. Auch wenn sie natürlich nur Level 30 ist. Warte mal. Wir können sie ja auch einfach mal ein bisschen aufleveln. Denn wir haben ja bestimmt noch ein paar XP-Steine, oder nicht? Hier, ein paar IP-Bonbons. M. Kriegt einfach Nickel ein paar, damit sie auf dem selben Niveau ist wie die anderen Pokémon. Vielleicht langt das sogar für ein, zwei Level. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, alles klar. Sechs Level. Why not? Schön. Toxin, auch das darfst du gerne erlernen. Statt Wangenruppler ist das, glaube ich, ganz cool. Ladungsstoß will sie auch noch erlernen. Oh mein Gott, okay. Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. Würde sagen, statt Säure, oder? Reschflegel finde ich halt mega geil, weil das dann noch so ein Ass im Ärmel ist, wenn irgendwie Nickel wenig Leben hat, dass sie dann nochmal richtig krass angreift. Und Toxin vergiftet halt den Gegner, was auch mega geil ist bei irgendwelchen Gegnern, die andauernd irgendwie komische Sachen einsetzen, dass man selber immer schwächer wird. Und das Gift wird halt von Runde zu Runde stärker. Deswegen, ich glaube, ich nehme Säure weg. Komm, du kriegst jetzt auch noch so ein L-Bonbon hier. Vielleicht, ja, Level 37 wirst du damit auf jeden Fall. 38, 39? Hä? Okay, diese EP-Bonbons sind einfach viel zu heftig. Na dann, Nickel 39. Jetzt ist sie auf jeden Fall aufgeschlossen auf die anderen. Das ist doch nice. Dann können wir jetzt hier garantiert mit Nickel gegen die Pokémon-Trainer hier hinten richtig gut ankommen. Ah, ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Ich mag Züge. Dann überrolle ich euch jetzt wie einen Zug. Das wird euch bestimmt gefallen. Nein, was? Die hat auch einen Wulnona? Als Oppi. Was geht denn hier ab? Ladungsstoß wird leider alle treffen. Das ist ein bisschen superkacke. Deswegen setzen wir einfach nur einen Funkstoß ein. Und ich glaube, auch gegen Curelia. Wir werden erst mal Curelia angreifen. Sondersensor. Sollte vielleicht sogar... Ist nicht sehr effektiv. Okay, hätte ich jetzt mit gerechnet, weil der doch auch psycho ist, oder nicht? Feuerattacken werden verstärkt. Ah. Und wieso greift der nur meine Beine an? Das ist ein bisschen unfair jetzt hier. So. Dann spüre... Oh. Nickel ist stark. Oder war das sehr effektiv? Ist Nickel einfach so stark? Okay, krass. Hier, dann alles auf Holnona. Die wird jetzt auch nicht mehr verstärkt durch das andere Pokémon. Also alles easy. Einer schon. Na, auf wen geht er? Ne, Jainona hat Feuerfänger. Hä? Heißt? Jainona ist immun gegen Feuerattacken? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das wäre ja ultra krass. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Sorry, anderes Volnona. Immer blöd, irgendwie gegen die... Gegen die Pokémon, mit denen man gerade selber kämpft, zu kämpfen. Feuerfänger verstärkt. Feuerattacken, wenn es von Feuerattacken getroffen wird. LOL. Das heißt, das andere Volnona hat mich gerade nochmal zweimal stärker gemacht. Wir haben quasi die Attacke aufgesogen. Die Energie daraus, um unsere eigenen Attacken zu verstärken. Ist ja mega gut. Krass, was Jainona so drauf hat. So. So, hier, alles brühen. Warum sind so reiche Leute hier im Wald? Das wirkt komisch. Alter, Nickel sieht so geil aus. Dieses Pokémon ist einfach so geil designt. Spürst du den Punk? Kameradschaft bringt... Ja, lass uns Freude sein! Lass uns eine Band gründen. Okay, ich fang an mit dem Ladungsstoß. Spürst du die Melodie? Er hat sie, glaube ich, nicht so richtig gespürt. Oder zu doll gespürt. Er hat zweimal dasselbe Pokémon? Wie lame ist das denn? Guck mal, auch für dich habe ich einen Funken-Sprung! Jetzt komische Gitarren-Starts einfügen. Klingling! Ach, paralysiert! Oh, die wollen immer nur Freunde sein. Ja, Freunde! Die wollen immer nur Freunde sein und wir töten die dann einfach. Das ist ein bisschen... Bisschen arschig. Aber Nickel ist ja auch hinterhältig. Von daher passt das schon. Erst Freundschaft schließen, damit die anderen einem nichts tun und dann... ...die Hinterröcks töten. Gift-Tipp. Wie viele Attacken will Nickel denn bitte noch lernen? Der Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen, wie Tentakeln oder Arm an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet. Ja, statt Toxin, nicht wahr? Eventuell wäre Toxin besser gewesen, aber pfff. Oh, Sonnkorn entwickelt sich. Und da sieht die dritte Entwicklung halt auch mega krass aus. Alter. Viel geiler, ey. Kramor sieht so geil aus, weil der so metallisch ist. Mega cool. Kramor ist ein Kren-Pokémon von Typ Fluckstahl. Und niemand wagt es ihm, den Himmel über Galar streitig zu machen. Sein schwarzglänzendes, stehlendes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Stahlflügel will er lernen. Okay. Statt Pieksa ist auf jeden Fall drin. Du bist jetzt keine kleine Krähe mehr, Sonnkorn. Du darfst jetzt Attacken von großen Krähen benutzen. Voll cool, dass sich heute alles entwickelt irgendwie. So, hallo. Bist du die Weiterentwicklung von... Fennon... Belzebub. Belzebub ist doch Teufel, oder? Bietzebub, ist das nicht der Teufel irgendwie? Ich glaube schon. Finde ich heftig, dass die hier wirklich Dämonen reinpacken in dieses Spiel. Aber habe ich nichts gegen. Spüre den Funkensprung von Nickel Power. Der ist stark. Und zwar mega stark. Der bringt dir auch deine Finster-Aura nix. Ah, okay. Sie bringt dir vielleicht noch ein bisschen was, aber jetzt nicht so viel. So, und hier ist es dunkel. Deswegen können wir eigentlich mal so ein Finsterball einsetzen, oder? Ja, komm. Wir gehen auf Nummer sicher, damit Nickel nicht stirbt. Finst aber los. Das soll es gewesen sein. Ja. Belzebub ist mein. Belzebub ist auch ein Chain-Pokémon von Typ Fee-Unlicht. Es nutzt eine Taktik, bei der er sich niederwirft und vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinem sperrartigen Haar zuzustoßen. Also auch hinterhältig. Wird sich bestimmt gut mit Nickel verstehen. Das war dann wohl der Wald. Der Wörschein-Wald. Jetzt sollten wir in Fairbelly ankommen. Das ist einfach so eine Schlumpfstadt, oder was? Eine Feen-Pokémon-Arena. Gegen Feen-Pokémon. Das kann natürlich auch krass werden. Geht das aber echt Schlag auf Schlag hier, ne? Mit den Arena-Leitern. Guck mal, da oben sind halt auch die ganzen Pokémon. Da hinten ist noch so ein Licht-Dill-Ding. Und so. Und hier soll irgendwo ein kleiner Junge sein. Vielleicht ja du. Frank, so heißt mein Opa. Ja, wir sollten irgendeinem Jungen einen Brief geben. Buh, buh, buh. Bist du Frank? Tchaka, 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 laka. Ich bin der Pokémon. Los, kämpf gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hopplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen will die beiden Pokémon beide als Pokémon, nicht wahr? Hopplo und ich gehören verschiedenen Arten an. Genau wie ich und Thermopod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Nein. Es ist zwar nicht gemeint, aber du musst mir nicht nur auf Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein. Aber das kannst du doch auch. Jeder darf sein, was er will. Ich hab's. Kleider machen Leute, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi eins. Hör mal. Wärst du so gut, ein Outfit zu tragen, dass meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Am besten in einem Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Ja, bringe ich dir. Okay, wir haben wieder eine neue Neuenquest. Opa, bist du Frank? Ja, ja, ich bin Frank. Weißt du, du sollst mir einen Brief bringen. Mal schauen. Oh, von Pauline. Ja, wir haben in Erinnerung wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und ich wollte das vor mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Pauline gut, als du sie gesehen hast? Ist nicht sehr gesprächig, was? Naja, hier eine Belohnung für dich. Item zu tragen. Initiative wird wird erhöht. Aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Man, oh, stör mich nicht. Ich unterhalte mich gerade. Mit den Rußgeistern in deinem Haus oder womit? Na gut. Ach so, fast hätte ich es vergessen. Fernseher-Anschalt-Service. So, bitteschön. So wie die hier sitzen und das alles aussieht, das sendet mich mega an Kakariko. Kala, kala. Hallo, Dizzy, der Fernseher-Anschalt-Service steht zu Diensten. Das macht 80 Poké-Dollar. Die will mir erklären, wie man seine Pokémon stärker macht, ohne es zu entwickeln. Dina Dean, okay. Dann zeig mal. Entwickelt sich dann gleich dein Kehradar oder was? Oder du hinderst es daran? Dann spüre meinen Gift-Heap. Damit wir den auch mal sehen. Er hat einen Funkgesprung oder was? Das macht ja gar kein Damage. Aber einmal ist der Gegner paralysiert. Naja, nicht wirklich, wenn er noch angreifen kann. Aua. Wow, das tut doch weh, so eine sehr effektive Attacke. Lass das mal. Sonst spürst du gleich noch einen Gift-Heap. Ohne wird... Okay, ich hab dich gewarnt. Dann stirb. Hä, als ob. Nein, Nickel! Nickel, überlebe bitte. Nickel, du musst das überleben. Aaaaaah. Wieso hält er denn jetzt plötzlich mehr aus? Das ist voll doof. Okay, noch ein Gift-Heap. Hoffentlich greifen wir als erstes an, ja. Die Attacke sieht cool aus, auf jeden Fall. So, dann sag mal. Boah, wie ist denn dein Pokémon jetzt krass stärker geworden? Kiradar war doch eine ziemlich harte Nuss, oder? Und das, obwohl er sich noch nicht voll entwickelt hat. Das Geheimnis liegt in diesem Evolid hier. Womit man die Entwicklung stoppen kann wahrscheinlich. Oder was? Ein mysteriöser Klumpen, der die Verteidigung und Spezialverteidigung von Pokémon erhöht, die sich noch nicht entwickeln können. Wenn ein Pokémon, das sich noch nicht entwickeln kann, ein Evolid trägt, steigt seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Aha. Aber eigentlich ist es doch immer besser, sein Pokémon zu entwickeln, oder? Oh, wildy schmidy. Da oben ist ein Lamp-Link-Licht-Lum-Lum-Lak-Lak-Lank-Lak. Lampi, genau, das Lampi. Wusste ich doch. Erholung. Kann unser Axanthros auch schon. Gut, und dann können wir uns eigentlich mal die Arena angucken. Als ob das hier sofort weitergeht. Vor allem, wo geht das dann hier nach weiter? Sonst gab es immer einen Weg irgendwie aus den Städten raus, aber hier nicht. Hier geht es einfach nur zur Arena und danach ist nichts mehr. Ich bin mal gespannt, ob das sofort wirklich weitergeht. Hallo, Dizzy ist da. Oh, Dizzy. Ähm, sag bloß, du hast schon vier Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Peko! Gehört? Sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwa sagen, dass du Dizzy magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich geb dir meine Liga-Karte. Da werd ich ja glatt verlegen, Mary. Du bist ein Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele soweit geschafft. Wir sind uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Bis dann, Dizzy. Grüß, Mary. Sie ist süß. Hallo, Baldwin. Hast du noch irgendwas Tolles für mich? Ein Superball. Der macht bestimmt die Sympathie hoch. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die eine andere Geschlecht haben als deine Pokémon. Gut, also ganz offensichtlich. Können wir hier einfach sofort weitermachen, oder was? Hallo, dürfte ich hier jetzt schon rein? Tatsächlich? Krass. Okay, also in der nächsten Folge dann die Feen-Arena. Die Mary wohl gerade abgeschlossen hat. Ja, wir haben ja auf jeden Fall heute ein bisschen sorry gemacht und diesen Wald gemacht. Das klang ja auch, ne? Okay. Dann auf jeden Fall. Danke für's Zuschauen, Leute. Würde mich mal auf jeden Fall wieder dabei sein. Wenn ihr euch auf jeden Fall gefallen seid, dann gleich mal. Bis dann, bis dann, bis dann. Und tschüss. Tschüss.